Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ox Must Die. Wir starten in das Finale. Da wollen wir mal reingehen und gucken, was wir bekommen. Eine Münzpresse. So, so. Ich würde mal tippen, das hat irgendwas mit Münzen zu tun. Überraschung. Nein, ich meine, vielleicht kriegen wir mehr Geld oder so. Oh, ohne die Spalte gäbe es keine Magie mehr. Ja, okay. Gut zu wissen. Also die Spalte verleiht uns unsere Macht und auch den Orks. Wir haben hier überall Baumstämme. Sehr schön. Wollen wir erstmal gucken, was wir überall alles machen können. Eine schöne Armbrust. Okay, wir haben hier Ausgänge. Mal schauen, wie sieht es denn hier aus. Hier auch. Okay, also wir haben rundherum jeweils zwei Ausgänge oder Eingänge, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Das heißt, sehr, sehr viel zu verteidigen, was eigentlich unmöglich ist, sage ich mal alleine. Das heißt, wir müssen wieder mit Barrikaden arbeiten. Ich würde sagen, ich gucke gleich erstmal, wo die als erstes rauskommen und mache dort auf der Seite dicht und werde dann, also quasi sollten sie jetzt hier rauskommen, mache hier eine Barrikade und natürlich auch auf der anderen Seite eine Barrikade. Und mache dann, also die Orks gehen dann ja hier rum und mache dann hier Fallen hin und auf die andere Seite genau das Gleiche. Ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wenn wir hier Bogenschützen platzieren, würde ich sogar fast sagen, die setzen wir hier oben hin, die Bogenschützen und hier unten Paladine, weil sonst die Bogenschützen natürlich auch die Orks attackieren. Also wenn wir jetzt hier Barrikaden haben und wir sitzen hier direkt hinter Bogenschützen, dann kommen die Orks ja durch, weil sie dann die Barrikaden angreifen. Das heißt, wir müssten sie oben platzieren und direkt wo der, wo den Baum stammen, wäre natürlich auch nicht so optimal. Das heißt, hier in die Ecken setzen jeweils, aber das können wir machen. Also Barrikaden, Barrikaden und Paladine würde ich sagen für den Anfang. Ja, das machen wir mal. Also Paladine, achso, die Münzpresse, genau, da wollten wir ja mal schauen. Gegner, die hier durchgetötet werden, bringen wir Münzen ein. Oh ja, die kosten nur 200, das ist sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Asche für diese Runde. Was haben wir überhaupt? Feuerooger, oh, gepanzerte Oger, der wird wieder hardcore sein. Und Frost-Oger. Okay, das heißt, wir holen uns Schwefel und Eis-Amulette. Oh ja, die Schwornpilze, die waren echt cool. Die setzen wir uns auch hin. Flammarmarm-Schienen, ja. Ich glaube, das wird nichts. Wir müssen ganz viel Fallen setzen. Barrikaden noch und zu viel. Auf Magie würde ich auch nicht gehen wollen. Balliste oder... Ja, wir müssen denen mehr Schaden machen. Nur für langsam bringt auch nicht. Wir müssen denen einfach mehr Schaden machen. Das ist halt jetzt die Frage. Pfeilwand. Könnten wir versuchen. Wir machen mal Balliste. Ja, wir holen uns die Balliste. Versuchen wir das Ganze mal so. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo sie starten. Ich sehe ja nicht jetzt, dass das Tor oder das Tor oder das oder das geöffnet wird, wie auch immer. Das ist ja keine Markierung. Das heißt, ich muss, während sie das erste Mal rauskommen, schon direkt die Barrikaden und alles setzen. Das heißt, ich starte mal. Barrikaden sind auf 9. Okay, ich habe genau die richtige Seite erwischt. Sehr schön. Schnell hier alles dicht machen. So, und... Hier setzen wir einen von denen hin. Und auf die andere Seite genau das gleiche. Komm, lauf. So, ja. Mal gucken, ob das das bringt. Vielleicht kriegen wir denn ja schon so einen fetten Ogre wieder auf unsere Seite. Das wäre natürlich richtig cool. So, einmal auf die andere Seite. Oh, ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Mal Neustart. Neustart das Ganze. Wir wissen ja jetzt schon, was wir vor uns haben. Ich würde wahrscheinlich das Finale wohl das ein oder andere Mal häufiger starten müssen, sagen wir es mal so. Weil das ist, glaube ich, echt nicht so einfach. Ohne die Spalte gäbe es keine Magie mehr. Die Frage ist natürlich, setzen wir direkt, wir wissen ja jetzt, die kommen ja aus dieser Seite raus. Setzen wir direkt die... Ich kann natürlich die Armbrust nutzen gegen die Ogre. Setzen wir wirklich schon die... Barrikaden. Wir können natürlich auch die Fallen hier hinsetzen und versuchen nachher die anderen Seiten dicht zu machen. Quasi. Ja. Also ich sag mal, zwei Seiten sollten wir schon auf behalten, zum Verteidigen oder wo sie durchkommen. Wohl eine Seite würde auch gehen, aber Stück für Stück sag ich mal zumachen. Hm. Das ist jetzt die Frage. Also was mir natürlich nicht gefällt ist, dass sie hier komplett auf die andere Seite laufen. Das heißt, wir könnten natürlich auch hier zu machen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir diese Seite hier zu machen mit den Barrikaden, dann müssen die ja... wieder zurücklaufen, die von da kommen und auch den Weg da lang. Das heißt, wir machen hier Barrikaden. Da unten Barrikaden. Ja. Und dann kommen sie hier raus. Das wird zumindest für den Anfang so eine Lösung. Seht ihr denn hier aus diesem Ausgang? Okay. Und wir setzen uns auf jeden Fall hier ein paar Paladine und Bogenschützen hin, weil das wird sonst nichts. Das wird sonst nichts. Okay. Barrikaden. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, hier die Gegner zu verlangsamen. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Den Spurenpilzen, ja, die holen wir uns auf jeden Fall. Die Münzpresse auch. Äh, was machen wir noch? Bodenstampfer? Nö, ruhig die Balliste nochmal. Ja. Das machen wir. Ja. Gut. Das heißt, wir machen jetzt hier dicht. Da unten auch einmal. Und mal da und da. Und jetzt nochmal hier. Das wird klasse. So, dann kommen sie auf jeden Fall da rein. Aber sie suchen ja immer den kürzesten Weg. Ich denke mal nicht, dass sie da irgendwie noch weiter links so lang gehen sollten. Hier als Sicherheit nochmal. Paladin oder stelle ich mir drei Bogenschützen auf? Ja, Paladin. Ich denke, das sollte... Jetzt stellen wir uns hier hin. Ja, nicht zu dicht daran, sonst greifen wir uns wieder an. Jetzt stellen wir uns hier hin. Sehr gut. Und ich stelle mich hier oben hin. Das ist natürlich viel sinnvoller, denn die fetten Orks hier mit abzuschießen. Ja. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir so gut denke. Oh ja. Anna. Und das fällt mir nicht gerade lang. Und das fällt mir nicht gerade lang. Ja, komm schon. Ah, rüber da. Auf jeden Fall greifen sie jetzt nicht an. Ah, sehr schön. War ärgerlich, dass ich darunter gefallen bin. Aber auch von der anderen Seite scheinen sie wirklich nicht zu kommen. Sehr schön. Das scheint wohl aufzugehen mit der Taktik. Ist da noch ein Ober? Hm. Greifen sie denn hier an? Nö. Sehr gut. Sehr schön. Das hat ja schon mal geklappt, das Ganze. Das ist natürlich die Frage, wo sie jetzt rauskommen. Das hier, warte mal ab. Wollen wir mal gucken, ob sie wieder hier kommen. Okay, das ist mal auf der anderen Seite. Das heißt, da kommen sie raus. Hier. Okay, da lassen wir sie mal durchkommen. Sie machen hier dicht und da. Nein, verdammt. Verdammte Axt. Da reicht es nicht mehr. Doch, jetzt reicht es. Puh. Oh, oh. Sehr schön. Das hat noch gereicht. Oh, oh. Aua, da müssen wir uns mal schnell hochheilen. Klasse, das hat ja schon mal funktioniert. Sehr gut. Okay, also die Taktik scheint bis jetzt zu klappen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Parler in hier. Wir setzen mal noch einen weiteren ran. Beziehungsweise, also sie sind jetzt da rausgekommen. Und da. Aber die Seite ist dann ja auch abgesichert. Das heißt, jetzt kommen sie wohl... Na, kommt die nicht für tauchen. Da raus. Okay. Dann machen wir hier einmal komplett dicht. Das heißt, wir müssen hier auch noch dicht machen als nächstes. Sehr schön. Ah, kommt schon. Einmal Fläschchen in die Ecke schmeißen. Das geht ganz gut. Na, du bleibst doch wohl hier. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Seiten dicht soweit. Guck nochmal, dass hier irgendwas schief läuft. Nö. Sehr schön. Ah, wo bist du denn? Aua, aua, aua. Schnell verstecken. Einmal um die Ecke. Okay. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir diese Münzpressen. Beziehungsweise, ich würde den gerne verkaufen. Und nochmal eine neue ersetzen. So. Die können jetzt hier lang. Das heißt, wir machen jetzt hier auf dieser Seite nochmal dicht. Das wird sie überraschen. Das heißt, sie können jetzt nur noch da und da. Das heißt, hier müssen wir gleich noch dicht machen. Alles klar. Sehr schön. Das scheint zu funktionieren. Ah, komm. Ein bisschen mehr Mana. Hier entlang, bitte, Herr Ork. Wenn ich jetzt das so richtig sehe, können die jetzt auch noch dicht machen. Das heißt, wir machen uns diese Seite auch noch dicht. Hier entlang bitte, Herr Ork. Wenn ich jetzt das so richtig sehe, können die jetzt überall durch. Nein. Hier machen wir wieder auf. Sehr gut. Jetzt müsste die rundherum durch können. Ich habe ja jetzt Zeit. Ich checke das einmal kurz durch. Nicht, dass ich irgendwo eine Barrikade vergessen habe. Okay. Hier ist die Barrikade zu der offenen. Da war noch eine. Moment mal. Also, ich würde ja sagen, wir machen hier dicht. Dann haben sie einen schönen langen Rundweg. Obwohl es eigentlich, glaube ich, egal ist, auf welcher Seite wir dicht machen. Obwohl... Ne, wir machen direkt... Wir machen direkt dort beim Eingang auf der Seite dicht. Oder lassen wir alles offen und sparen uns das Geld? Ne, dann machen wir hier dicht, würde ich sagen. Ja. Doch, machen wir die eine Seite auf jeden Fall dicht. Dann haben die zumindest einen längeren Weg. Aber das ist ja nur die Seite. Ne, komm, wir sparen uns das. Wir investieren das Ganze hier in diese Münzfallen nochmal. Oh, oh, das ist ja mal cool. Alle, die in dem Bereich getötet werden. Oh, Moment mal. Das heißt, ich werde den Bereich ein bisschen weiter... Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Den müssen wir dann nach vorne setzen, oder? Kann ich den hier nochmal einsetzen? Vielleicht hier unten nochmal einen hinsetzen? Ja. Oh, glänzend. Wohl, ich würde lieber hier Org dann übernehmen. Ansonsten vielleicht nochmal... Ja, setzen wir doch nochmal zwei Paladine dazu. Komm da. Und wir holen uns noch die Weberin des Stahls dazu. Können wir noch was dazu kaufen? Nö, keine Kohle mehr. Ah, sehr schön. Ich habe dabei ein gutes Gefühl jetzt bei der Sache. Starten wir mal. Na, wo kommen sie jetzt raus? Ich werde beide Welten beherrschen. Aus Algen rein? Ah, ok. So, wir stellen uns mal hier ran. Sehr schön. Ah. Oh man, so ein paar einzelne Gegner hier. Aber am besten ist es natürlich, wenn wir hier oben bleiben. Ah, sehr schön. Oh yeah, wir haben so einen großen Überlaufen. Okay. 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 Kann ich denn noch so eine Münzanstalt hier unten... Das passt wieder nicht, ne? Doch, was würde passen, wenn sie hier einen töten? Das machen wir doch doch mal. Ich bin mit meiner Liebsteiden zu. Sehr schön. Wir verteilen hier nochmal... Ach nee, wir holen uns jetzt mal die Verbesserung. Paladinangriffe leben. Na gut dann. Sehr schön. Oh ja, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Sie haben eine Barrikade zerstört. Wow. Wow. Komm raus da. Komm raus hier. Nein, 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 nein. Oh, jetzt bin ich auch noch gestorben. So was aber auch. Die Schweine. Oh nein, nicht nochmal. Nein. Oh nee. Ach du Scheiße. Jo. Sehr schön. Oh nein. Jetzt kommt hier die Weile. Ich stelle mir alle Barrikaden. Oh. Ach man. Kann man jemals so viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Oh, aber auch wirklich alle Seiten. Oh nein. Komm her. Wächter. Wächter. Oh man. Ich hoffe der Wächter kommt dann auch mal wieder. Oder die kommen dann auch jetzt bald mal wieder. Weil die regenerieren noch eins auch. Haben wir hier denn irgendwo offen? Ne. Oh, sowas auch. Das ärgert mich ja ganz richtig ey. Scheiße. Na komm. Und gerührt. Außerdem erstochen. Hallo. Kommen sie nicht wieder? Das letzte was du je sehen wirst. Oh man ey. Okay. Wieso kommen die denn nicht wieder? Ich hab doch. Regeneration. Da verstehe ich nicht. Muss ich denn noch alles? Kommt wieder wenn ihr bereit seid. Hallo. Stemm die dauerhaft da durch? Oh man. Oh man. Anscheinend ja schon. Oh man. Beweg dich. Ich hänge hier fest. Oh. Dann sind die ja dauerhaft tot. So ne. Scheiße ey. Das gibt's doch gar nicht. Die sind vorne an Täter hier. Oh ja. Mein Name ist der. Da sind sie wieder. Okay, alles klar. Weil die Runde noch nicht zu Ende war. Klasse. Ja. Also. Erstmal machen wir jetzt hier wieder dicht. Oh Mann. So, dann holen wir uns noch ein paar von den Autoballisten. Dann würde ich hier richtig schön mal hinknallen. Hier. Ein kleines Geschenk für dich. Ja, das ist okay. Gut, okay, jetzt sind die Seiten wieder dicht. Mal gucken, wir haben ja 9 von 12 schon überstanden. Mal gucken, ob wir den Rest auch mal schaffen werden. Oh ja. Ja, das verlässt du. Ich baller ihn dann schon wieder schön drauf. Ach doch. Welchen Evo durch? Naja. Oh, oh, da ist er wieder. Da ist er wieder, mein Freund. Oh, oh. Oh, komm, gib mir. Ah, gib mir Mana. Headshot. Ja, komm. Headshot. Ganz ruhig, Mitch. Headshot. Oh, nein, nein. Nein, 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 nein. Jetzt ist er. Wir sind da auch noch wirklich durchgegangen. Oh. Wo ist er? Ist er reingegangen? Verdammt. Ah. Ja, die ist echt hart vor die Mission. Alter, Schäde. Boah, ey. Krass. Wir kriegen sie nicht wieder. Hm. Hören wir das alles mal mit. Hier werde zurückkommen. Gut. Können wir denn hier nochmal platzieren? Okay, eine. Ja, ja, ja. Neu, ja, ja. Eine Walekahande wurde zerstört. Ok, das ist klar. Der kommt hier auf der Seite durch. Okay, was wartet jetzt hier noch? Wer wartet? Hm, hängt da irgendwie ein Org? Sieht zwar so aus, als dass hier vorne jemand hängen würde, aber... Wo ist denn jetzt hier noch einer durchgegangen? Mann! Wie sieht es aus übrigens mit Bogenschützen? Verdammt. Mein Bogen ist eurem Geheimnis zu folgen. Mein Bogen ist eurem Geheimnis zu folgen. So. So, da sparen wir uns, macht uns immer energisch. Beweg dich, beweg dich, beweg dich! Na komm! Stopp! Oh! Mann! Alter Schwede! Deutlich verlangsamt worden gerade. Wer rennt mir hier in den Spalt? Nein! Verdammt! Nein! Verdammt! Boah! Nein! Boah! Okay! Okay! Gut, okay! Dann muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich die Mission schaffe! Da habe ich noch keinen Plan! Hm! Gute Frage! Ja! Wird ich mir was überlegen! Dann haut rein Leute! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal! Ciao!